Pinterest ist der geheime Traffic Booster und verhilft dir zu mehr Website Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social Traffic Quelle Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Mein Name ist Nathalie Stark und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Folge 5, die letzte Folge unserer Serie Pinterest für absolute Beginner. Wenn du Folge 1 bis 4 schon gehört hast, dann kann es sein, dass du dein Profil jetzt schon fertig eingerichtet hast und dich fragst, okay und was pinne ich jetzt? Und genau zu dieser Frage bekommst du heute Inspiration. Ich fange an mit deinem eigenen Content. Es lohnt sich nämlich schon auf Pinterest zu starten, auch wenn du zum Beispiel erst wenige Produkte in deinem Shop hast oder noch nicht so viele Blogartikel hast, denn aus einem Blogartikel kannst du locker drei bis fünf unterschiedliche Grafiken, also Pins, erstellen mit dann natürlich immer unterschiedlichen Headlines. Und ich nenne dir ein Beispiel von uns, von Scanner Media. Also ich möchte jetzt zum Beispiel Pins erstellen zu unserer SEO-Podcast-Folge und der Titel der Folge sowie auch des Blogartikels lautet Pinterest SEO, so platzierst du deinen Content exzellent. Ja, das ist dann schon mal die erste Headline für meine Grafik. Fügst du dann ein Bild ein, fügst die Headline ein, das wäre dann die erste Grafik. Und die zweite Grafik, da überlege ich mir eine neue Headline, die nenne ich dann unsere besten Pinterest SEO-Tipps jetzt downloaden. Wir haben nämlich zu dieser Podcast-Folge auch eine Checkliste erstellt, die die Hörer downloaden können. Das wäre dann schon der zweite Pin. Und jetzt überlege ich mir noch einen dritten, der würde dann heißen, so findest du die Keywords für eine bessere Sichtbarkeit deiner Inhalte auf Pinterest. Ja, jetzt hat man also dreimal etwas angeteasert, was genau zu dieser Folge passt, aber immer auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise. So kannst du auch gut rausfinden, was am besten bei deiner Zielgruppe funktioniert. Aber du hast jetzt auch dreimal Content erstellt. Du hast jetzt drei Pins. Ja, jetzt schaue ich mir mal unsere Boards an. Und ich zähle dir jetzt nicht alle auf, die Boards, aber ich habe vorher mal geschaut und diese Grafiken passen auf neun unserer Boards. Und es sind drei Pins, also neun mal drei. Aus einem Artikel wurden, zack, 27 Pins, die du selbstverständlich jetzt nicht nach und nach, also nicht auf einen Schlag pinst, sondern nach und nach pinst. Und du siehst also, aus einem Artikel kannst du unglaublich viel Pinterest-Content erstellen. Schaue auch, welche Themen, die eng an deinem Thema sind, gut auf Pinterest funktionieren und erstelle dann dazu Blogartikel und verteile sie dann, wie eben erklärt, auf Pinterest. Also damit meine ich, du gibst nicht nur deinen Content in Pinterest rein, sondern du kannst Pinterest auch super als Inspirationsquelle nutzen für deine Blogartikel, also für neuen Content, den du dann wiederum in Pinterest reingibst. Ja, und Pinterest lebt ja davon, dass Inhalte gemerkt werden. Also auf den unterschiedlichen Boards merkt man sich auch die Inhalte anderer, die Pins anderer. Und deshalb pinst du auch nicht nur deinen eigenen Content, sondern auch ein bisschen fremden Content. Und da ist immer die Frage, ja, in welchem Verhältnis, ne? Das würde ich dir so empfehlen, das kommt auf die Menge deines bestehenden Contents an, ne? Du sollst dich ja auch nicht abquälen. Und wenn du jetzt erst mal nur vier Blogartikel hast, dann kann ich dir nicht sagen, 80% eigene Inhalte, weil das geht halt einfach dann nicht, ja? Und ich empfehle dir, mindestens zehn Pins am Tag zu pinnen, ja? Wenn du selbst sehr viel eigenen Content schon hast und jetzt auf Pinterest starten möchtest, dann empfehle ich dir direkt 80-20 zu starten. Also 80% eigener Content, 20% fremde Inhalte kuratieren, ja? Und wenn du jetzt so mittelfiel Content hast auf deiner Seite, dann fang mit 50-50 an. 50% eigener Content, 50% fremder Content. Das ist auch ein Verhältnis, das ich empfehle, wenn du jetzt zum Beispiel weniger Zeit hast, Pins zu erstellen, weil ein Pin zu erstellen bedeutet ja nicht nur die Grafik zu erstellen, sondern sich auch noch Gedanken zu machen über die Pin-Beschreibung, die SEO optimiert und die auch noch einzufügen. Also wenn du da ein bisschen weniger Zeit hast, dann kannst du auch mit viel Content, ja, trotzdem die 50-50 Variante machen, weil die fremden Inhalte sind halt doch ein bisschen schneller geteilt, als die eigenen erstellt werden, ja? Und wenn du gar nicht viel Content hast, weil du jetzt gerade auch erst startest, nicht nur auf Pinterest, sondern auch mit deinem Business oder mit deinem Blog, dann ist völlig in Ordnung, 20% eigenen Content zu pinnen und 80% Fremd-Content erst mal zu pinnen, ja? So, und wie kommst du jetzt an den Fremd-Content auf Pinterest ran? Wie kommst du an die passenden Pins der anderen Pinner dran? Wie findest du die am schnellsten? Ich zeige dir da mal für den Anfang sechs Wege. Und zwar die erste Möglichkeit über das Suchfeld. Zuerst gibst du ins Suchfeld deine recherchierten Keywords ein. Hatten wir in den Folgen zuvor, wie du die Keywords recherchierst und warum das wichtig ist. Also du gibst die Keywords ein oder auch deine Bordtitel. Die sind ja auch aus deinen Keywords entstanden im Grunde. Und dann kommen ganz viele Pins raus, die zu deinem Thema passen, die du sammeln kannst für deine Pinwände. Du kannst am Ende des Suchfelds, wenn du was in das Suchfeld eingibst, auch einstellen, ob du Pins, Pinwände oder Nutzer suchst. Und da kannst du auch immer mal switchen und schauen, ob es passende Pinwände oder Nutzer gibt zu deinen Themen und denen kannst du dann auch folgen. Weil je mehr Nutzern und Boards mit für dich relevantem Content du folgst, desto weniger Content musst du suchen, da dir die Pins dieser Nutzer einfach in dein Folgefeed gespült werden. Das ist übrigens die zweite Möglichkeit, um an relevanten Content zu kommen. Schau einfach in dein Folgefeed rein. Und den Folgefeed findest du oben in der Navigationsleiste unter ich folge. Und die dritte Möglichkeit, du kannst natürlich auch direkt auf der Startseite schauen, welche Pins dir da gezeigt werden. Denn da stellt der Pinterest-Algorithmus Pins zusammen, die aufgrund deines Verhaltens auf Pinterest zu dir passen könnten. Möglichkeit Nummer 4. Such dir einen Pin aus, den du inhaltlich und optisch richtig toll findest. Und dann klick ihn an, also klick ihn groß. Dann scrollst du etwas nach unten und unter diesem Pin findest du dann ganz viele ähnliche Pins, die eben zu diesem Pin passen. Auch nochmal neuer Content für dich und deine Pinwände. Die fünfte Möglichkeit, die findest du an gleicher Stelle. Du bleibst auf diesem geöffneten Pin und schaust mal im Pin selbst, also in dem Bild, ganz unten links in der Ecke, da ist so ein kleines Symbol mit vier abgerundeten Ecken. Und auf das klickst du mal drauf und dann siehst du nebendran ganz viele Pins, die diesem Pin ähnlich sehen. Und du kannst sogar, da öffnet sich dann so ein Feld, auf dem Pin, auf dem Pin, den du halt ursprünglich ausgewählt hast, kannst du sogar einen Ausschnitt auswählen. Zum Beispiel, du hast ein Bild mit einem Rock oder mit einer Hose und du hättest gerne weitere Hosen oder Röcke in dem Style. Dann gehst du mit dem Ausschnitt direkt auf diese Hose drauf und dann werden dir ganz viele andere Pins angezeigt mit eben ähnlichen Hosen. Und an dem Beispiel merkst du schon, das eignet sich super für den Modebereich. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Pinnwand-Maxi-Röcke hast und du hast einen Maxi-Rock in einem coolen Style gefunden, hättest gerne in dem Style noch andere Röcke, dann kannst du diese Methode anwenden und findest dann halt wirklich auch noch andere Röcke, die ähnlich aussehen. Aber auch beim Thema Einrichten funktioniert das zum Beispiel super. Aber egal, welches Thema du hast, probiere das auf jeden Fall mal aus, was da herauskommt. Und jetzt stelle ich dir noch eine sechste Möglichkeit vor. Such dir mal eins deiner Boards aus, also eine deiner Pinnwände und geh dann in die Pinnwand rein. Also klicke sie an, sodass du alle Pins siehst. Und dann siehst du zwischen deiner Bordbeschreibung und deinen Pins die beiden Reiter, deine Pins und weitere Ideen. Und dann gehst du auf weitere Ideen und da findest du nochmal einen Schwung voll Pins, die auf dieses Board passen, thematisch. Ja, ich würde sagen, alle Fragezeichen zum Thema, wie komme ich an Content für meine Boards, sind jetzt beseitigt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Und den wirst du haben, denn das ist ja das Schöne an Pinterest. Es ist so inspirierend und man sieht so viel Schönes, dass es einfach Spaß macht, darin zu arbeiten. Und wenn du noch Fragen hast, dann schick uns gerne eine Mail an mail.scanamedia.de. Wir sind jetzt am Ende unserer fünfteiligen Serie Pinterest für absolute Beginner angekommen. Und ja, schick uns super gerne Feedback, ob dir das geholfen hat. Und schick uns auch eine Rückmeldung, wenn es dir nicht geholfen hat und woran es lag, was dir denn gefehlt hat. Und wenn dir die Folgen gefallen haben, dann würden wir uns riesig über eine positive Podcast-Bewertung von dir freuen. Und wenn du noch mal tiefer in das Anfänger-Thema einsteigen willst, also in Pinterest für Anfänger, wir geben in der nächsten Woche in Berlin einen eintägigen Workshop für Anfänger. Und da ist jetzt noch genau ein Platz frei. Und vielleicht hast du ja Lust und möchtest dir diesen Platz sichern. Mehr Infos zum Workshop und zu den Inhalten findest du in den Shownotes. Da haben wir das verlinkt. Ja, ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende. Und wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, dann wirst du am Mittwoch die Franzi hören. Lass dich diesmal vom Thema überraschen. Wir haben es nämlich noch nicht festgelegt. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und bis bald. tos blondes ging 24 23 25 34 24